Hallo Ulrich. Hallo Florian. Ich grüße dich. Gestern gab es ja das lange erwartete Treffen Putin und Biden. Ergebnis war offenbar relativ gering bis auf ein Kommuniqué zur strategischen Stabilität. Also man rüstet nicht ab, aber man versucht sozusagen da miteinander klar zu kommen. Ansonsten gab es eigentlich keine großen Ergebnisse. Wie war denn, wie ist das denn von Russland aus, von der russischen Medien aus interpretiert worden, das Gespräch? Ja, auch sage ich mal, ich würde sagen zurückhaltend, also ohne große Begeisterung, aber auch schon mit einer gewissen Genugtuung, dass Putin da nun in Genfer und mal sagen, dort auch nicht irgendwie das Weichei abgegeben hat, sondern dass er praktisch eigentlich die russischen Positionen, die er auch in Moskau vertritt, also da vertreten hat und konkret, dass er eben, das sage ich, gebe ich jetzt einfach mal so wieder, dass er eben sagt, Nawalny hat selbst sich praktisch ins Out befördert, indem er die Bewährungsauflagen nicht eingehalten hat und dass man sich keine Einmischung zulässt von den Amerikanern und dass es eine Lüge sei, dass eben Russland unberechenbar sei und er hat dann gekontert eben auf der Pressekonferenz und gesagt, aufgezählt hat die ganzen Unberechenbarkeiten der USA, dass sie Rüstungsverträge aufgekündigt haben, dass sie sich eingemischt haben in der Ukraine, ne, Ukraine hat glaube ich gar nicht genannt, hat nur genannt Syrien, Afghanistan, eben Hochzeitsgesellschaften bombardiert, Libyen, also das war schon recht, sage ich mal, hart, was er da gesagt hat, aber er hat auch gleichzeitig gesagt, es gibt ein Wetterleuchten, ein Morgenleuchten am Horizont, also es ist so ein Tschechow-Zitat, also es gibt im Leben kein Glück, aber es gibt ein Wetterleuchten, also und dieses Treffen ist irgendwie so wie ein Wetterleuchten und er hat auch beiden ja gelobt, also das wäre ein guter Experte und also jahrzehntelang befasst mit Außenpolitik und das war schon erstaunlich, weil er ja als Mörder bezeichnet wurde von beiden und das hat er einfach so, sage ich mal, an seinem gestehlten Körper also abperlen lassen, diesen Vorwurf, der ist da gar nicht drauf eingegangen und hat sich noch was anderes erlaubt am Anfang, also da standen die beiden Präsidenten vor dieser Villa und der Schweizer Präsident ging also weg, um diesen Handschlag zu ermöglichen und Putin stand da, guckte nach vorne und Biden drehte sich schon um und gab ihm die Hand und Putin reagierte dann erst darauf, also es war so ein bisschen, also der will ja von mir was, aber ich will eigentlich nicht unbedingt was von ihm. Das war ja, es war ja auch schon immer, er strich ja immer sehr heraus, dass er eingeladen worden ist. Genau. Und nicht umgekehrt, also er will ja nichts, sondern Biden will etwas von ihm. Ja, ich meine, man muss ja auch berücksichtigen, was der Grund war. Ich meine, im Prinzip ist Russland schon, möchte einfach Dialog führen, aber nachdem, also im März, also Biden den Mördervorwurf gegen Putin gebracht hat, danach gab es ja den tiefsten Absturz der Beziehung, also sogar tiefer als während des Kalten Krieges, eben Russland reagierte mit Einbestellung des amerikanischen Botschafters, der, der wurde dann abge-, also höflich rauskomplementiert aus, aus Russland und beide Botschafter, also von, aus Washington wurde auch abgerufen, der russische und also die, die, das Botschaftspersonal wurde abgeschmolzen, also auf, auf, als Minimum, also die durften dann auch keine, kein Personal mehr einstellen, also russisches Personal und also die, die, ich meine, es war also alles lahmgelegt, also sogar auf ein Minimum, was wirklich, also ja, viele die Risiken birgt, weil, weil natürlich ein Atomkrieg schwebt in der Luft und als Gefahr und das hat auch ein stellvertretender Leiter des Internationalen Komitees des Föderationsrates, Klimov, der hat gesagt, und das fand ich eigentlich sozusagen das, das Zündende, was eigentlich das Positive an diesem Treffen war, hat gesagt, also immerhin haben wir es erreicht, durch das Treffen, also Regularien zu schaffen, dass diese Zufälligkeit eines Atomkrieges oder thermonukleare Krieges verringert wurde. Also das scheint mir, mal sagen, auch glaubwürdig, also dass, wenn man, wenn es überhaupt keine richtigen Kontakte mehr gibt, dass dann, also vor allem auch persönliche, wo man sich mal in die Augen gucken kann, dass dann natürlich solche Zufälligkeiten zunehmen, die vielleicht auch gar, gar keine, keine Seite will, die einfach entstehen durch, und, und, also weil natürlich die ausführenden Soldaten, das sind immer noch andere, die in den Befehlzentralen sitzen, die interpretieren vielleicht was Falsches, naja, also das ist vielleicht ein gewisser Fortschritt, ansonsten... Naja, ich mein, Biden hat ja auch Russland wieder als Großmacht bezeichnet, das war ja damals auch eine Demütigung, von Seiten Obama nun Russland als Regionalmacht herabzustufen, und das ist auch eine große Geste eigentlich gewesen, sozusagen, also wir stehen Auge auf Auge irgendwie, was ja auch in den USA dann eher so erlebt worden ist, als hätte Biden sozusagen zu sehr nachgegeben gegenüber Putin, Putin hätte ja auf der ganzen Linie gewonnen. Naja, also ich meine, das stimmt, also die, diese, wie es Groß, dass er sagt, Putin leitet eine Großmacht, das ist schon eine Anerkenntnis, wobei er auf seiner Pressekonferenz ja auch ganz klar gesagt hat, also wir Amerikaner haben also die Menschenrechte in unserer DNA, und also wir lassen das nicht zu, dass in anderen Ländern Menschen unterdrückt werden. Es war schon ganz klar, offensiv auch, dass er gesagt hat, also es ist mit weiteren Vorhaltungen zu rechnen, in Bezug auf Nawalny und so weiter. Putin hat aber jetzt nicht Assange oder Snowden mal angesprochen. Ne, hat er nicht. Ne, wer ja. Das war praktisch, ich glaube, das war einfach, er hat vermieden, irgendwie eine Zuspitzung, also er hat das ein bisschen so, er hat auf die Themen, ja, ist eigentlich merkwürdig, stimmt schon, also dass er das nicht angesprochen hat, war merkwürdig. Also er hat dann auf Libyen, Afghanistan und Irak, also Bombardierung von Zivilisten. Bei Afghanistan hat er gesagt, ja, es kann ja sein, dass zufällig mal da was, eine Bombe falsch fliegt, aber in Irak wäre es nun ganz schlimm gewesen, da hätten eben wirklich bewusst, sagen Zivilisten, bombardiert worden. Und da gibt es ja auch dieses Video von Assange oder dem zweiten, wie heißt der, der das in Umlauf gebracht hat. Also ich meine, ich habe gedacht, dass, und das haben auch russische Kommentatoren, haben das so, ohne das zu konkretisieren, dass China eben im Hintergrund stand und also dass die USA praktisch, ja, dass sie praktisch sehen, sie sind auch vielleicht mit ihrer Strategie der Zuspitzung, also der Vorwürfe, nicht wirklich weitergekommen. Also Russland verhärtet sich, es ist kein Zusammenbruch des, in Anführungsstrichen, Regime Putins zu sehen und also machen wir jetzt, versuchen wir es jetzt mal auf eine andere Art und zumindestens eben mit China irgendwie, auf China den Druck zu erhöhen und dafür Russland ein bisschen auf die amerikanische Seite zu ziehen und auch vielleicht in der russischen Elite die, die Hoffnung, ein Teil der Elite ist ja westlich orientiert und sozusagen, wenn man denen sozusagen zeigt, wir wollen ja auch mit euch handeln, dass das auch Interesse weckt, also bei russischen Geschäftsleuten, Oligarchen, die natürlich durch die Sanktionen extreme Einbuße haben. Und die beiden hat ja auch gesagt, also wir wollen investieren und ich meine, es gibt ja amerikanische Geschäftsleute, die in Russland auch real Investitionen starten, Privatfirmen sich da einkaufen und so weiter. Und also das, außerdem denke ich mal, dass es auch für die USA immer ganz gut ist und auch genauso für Deutschland, wenn man ab und zu mal sagt, also wir sind, wir wollen nicht nur aufrüsten, wir sind auch zu Friedensgesprächen bereit. Und ich meine, damit kann man auch sozusagen die Gesellschaften in westlichen Staaten beruhigen und von der Aufrüstung auch wiederum, also ein bisschen sie sozusagen abmindern. Also ich meine, im Prinzip ist es natürlich traurig. Insgesamt müssten ganz andere Schritte eingeleitet werden. Es müsste wirklich real schnell abgerüstet werden. Und das wurde nicht beschlossen. Also es läuft weiterhin eigentlich ein Propagandakrieg. Beide Seiten haben ihre Propaganda vorgebracht. Also Biden mit seinen Menschenrechten und Putin, dass er sagt, wir gehen unseren eigenen Weg, wir lassen uns von niemandem reinreden. Also ziemlich harte Positionen eigentlich, die eigentlich kein, also die sehr ultimativ vorgetragen werden und die keinen Kompromiss zulassen. Und die auch, die auch, mal sagen, offen sind, dass es auch demnächst wieder irgendwie krachen kann. Also ich bin da nicht so, ich will das nicht ausschließen. Nein, es ist ja auch so, es gibt ja eine längere Geschichte schon der Begegnungen, also angefangen von Gorbatschow und auch über Obama, wo man ja auch versucht hat, sozusagen eine Nährung zu machen. Aber in aller Regel sind dann doch die Russen eher ausgedrext worden, hat man zu dem Eindruck. Also von daher dürfte da eigentlich sozusagen der Diskepsis eigentlich höher sein gegenüber irgendwelchen. Ja, das ist auch unmöglich. Also es gibt, also ich meine, die Geduld, also mit den USA ist in Russland irgendwie erschöpft. Und es gibt auch keine Medien, die irgendwie jetzt jubeln oder denen das überhaupt wichtig ist. Also ich meine, was die Amerikaner zu Russland sagen, es wird hier auch nicht so, also viel geringer, mal sagen, das Echo als in westlichen Medien, wo da viel mehr drüber geredet wird. Und ich meine, die Russen sind schwer enttäuscht von den Amerikanern, weil sie, also natürlich bis auf eine liberale Schicht in den Großstädten, die nach wie vor zu den Amerikanern steht, also das ist vielleicht in den Großstädten zehn Prozent, die kritisch zum System eingestellt sind und die auch zur Ukraine, das finden sie im Prinzip gut, wie sich das da entwickelt, also die auch die ganzen Militärskandale der USA negieren oder abmildern, also und die eigenen russischen Skandale in Mittelpunkt stellen, das ist für sie das Größte. Aber ich meine, die große Masse der Russen ist, ist, was Amerika ist, betrifft, sehr, sehr, sehr kritisch, sehr distanziert. Ist das eine Entwicklung, die so gekommen ist, weil man muss ja nur daran denken, dass um 2000 herum Putin ja sehr stark auf den Westen und auf die Nazi zugegangen ist und sozusagen da auch gehofft hat, dass gerade über die Terrorismusbekämpfung sozusagen eine neue Einheit da stattfindet und wo dann sozusagen wurde das Raketenabwehrsystem von den USA mit dem Ausstieg aus dem Abkommen dann gemacht, wo sozusagen das alles wieder nach unten ging. Aber hat er nicht auch so eine Art von Orientierung eigentlich an den Westen und ist das dann sozusagen auch darüber mehr oder weniger zerbröselt? Wodurch? Durch? Ja, durch das, dass er so stark auf, er hat ja auch die Rede dann im Parlament, im Bundestag gehalten, wo ganz eindeutig er die Hand ausgestreckt hat und dass sozusagen die Enttäuschung der Russen und auch von Putin selber dann sozusagen an diesem Wendepunkt dann entstanden ist. Dann kam ja die Osterweiterung auch wieder und ähnliche Dinge. Ja, ich meine, das ist eigentlich eine Entwicklung, nicht erst ab 2000, sondern ab 1991, also Auflösung der Sowjetunion, die sozialen Folgen, die in der Gesellschaft, der ökonomische Kollaps und das hat man ja alles ja mit Amerika verbunden. Also nicht die gesamte Gesellschaft, aber große Teile. Und als dann Putin sozusagen alles wieder stabilisierte ökonomisch, hat man doch gesehen, dass dieser amerikanische Einfluss nicht besonders gut war. Also zumindest nicht in diesem Ausmaß. Also amerikanische Berater saßen ja in der russischen Regierung mit in den Stäben. Also das haben die Russen, also das ist auch schwer, so global darüber zu reden, weil die Russen sind im Prinzip auch keine Amerika-Feinde. Sie fahren gerne amerikanische Autos, sie gucken gerne amerikanische Filme, sie kleiden sich gerne wie Amerikaner. Also sie essen wie verrückt McDonalds und alle möglichen anderen komischen, belichten Geschichten. Also das würde aber heißen, die Westorientierung ist schon noch höher als die nach Osten oder Richtung China. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Russen messen sich nach wie vor an in Europa oder in Amerika entwickelten Maßstäben. Und auch viele Sachen, die in Russland nicht klappen. Also da wird auch schon seit Jahren gesagt, ja guck doch da nach USA oder Berlin oder Paris, das ist doch noch viel schlimmer da. Also wir haben das doch schon einigermaßen im Griff. Also wenn es jetzt um, was weiß ich, Straßenunruhen geht oder um irgendwelche anderen Sachen im Alltag, die nicht funktionieren. Also es ist wirklich so, dass man nicht sagt, es ist uns ganz egal, was sie da für Regeln haben, sondern man ist eigentlich in diesem Raum kulturell meiner Ansicht nach voll eingebunden. Man geschieht es vielleicht nicht so zu. Also ich meine, die gesamte Organisation der Wirtschaft, die wirtschaftlichen Prozesse, die Jugend wird ausgebildet nach modernsten Managementmethoden. Und die Restaurants, alle möglichen Dienstleister fragen dich, also du wirst gezwungen, am Telefon Bewertungen abzugeben. Wie ist das Service? Ich meine, das ist unvorstellbar. Das ist also, ich glaube, das ist noch stärker als in Deutschland. Und diese, sag ich mal, die Rückfrage, also wie hast du den Service bewertet? Also verglichen mit der, ja und ich meine, die Russen haben sich eigentlich eine neoliberale Radikalkorps sozusagen selbst verschrieben. Und ziehen das nach wie vor durch. Also ich meine, und viele linke Intellektuelle, die in der Sowjetunion groß geworden sind, die befürchten, dass es ein zu einer, mal sagen, ja, dass sozusagen die, also die einfach Werte, die auch gut waren in der Sowjetunion, wie ja eine gewisse Gebildetheit, die nicht jetzt so rein fachorientiert ist, sondern eine breite Bildung, eine Grundbildung, dass das immer mehr abschmilzt und dass sozusagen nur noch sozusagen Fachidioten bestimmte Aufgaben erfüllen. Und dass man eben westliche Experten auch einlädt für großes Geld, die an Universitäten Spitzenforschung betreiben, aber eben nicht mehr die Massen, die Massenbildung, also die erst mal nicht gleich sich auszahlt, sondern die sich nur auszahlt in einer langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. Aber um nochmal auf China zu kommen, der hat jetzt davor schon angedeutet, dass möglicherweise ein amerikanisches Interesse darin besteht, China ist sozusagen ja der Hauptfeind der USA oder der Hauptgegner oder Konkurrent geworden und dass man doch versucht, jetzt mit dem kleineren Russland, das zwar militärstrategisch vielleicht besser gerüstet ist, aber wirtschaftlich natürlich mit China überhaupt nicht auf einer Stufe steht, dass man so dann doch versucht, über Russland sozusagen ein bisschen einzugemeinden, um die Stoßrichtung China zu verstärken. Ja, natürlich. Ich meine, Putin hat zwar gestern nochmal betont, dass China seit Jahrzehnten ein strategischer Partner ist, dass die Beziehungen zu China noch nie so gut waren wie jetzt, aber die Amerikaner analysieren natürlich auch Russland, wie es eigentlich im Inneren läuft. Sie gucken sich die Wirtschaftszahlen an, das Bruttosozialprodukt ist also viel niedriger als China und sogar europäische Länder teilweise. Und die Abhängigkeit von Energieverkauf, also Energierohstoffe, ist nach wie vor riesig. Ja, und die Krisenanfälligkeit ist natürlich auch da. Also ich meine, Russland ist einfach ein riesiges Land. Und wenn es Probleme gibt mit Überschwemmung, Waldbränden, das trifft so ein Land viel stärker. Da müssen also Rettungskräfte hin und her gebracht werden. Und wenn man wenig Finanzen hat, dann wird das alles schwieriger. Da ist jede, auch Corona jetzt, das sind Sachen, die dann auf dem Staatsbudget lasten. Und von daher ist ein Riesenland noch sehr viel anfälliger für solche Naturkatastrophen. Und natürlich, hast du richtig gesagt, das Versuch, also Russland, diese Schwäche, ist analysiert worden von den westlichen Partnern, in Anführungsstrichen. Und die versuchen, natürlich kein russischer Politiker würde das, was ich jetzt gesagt habe, eingestehen. Aber es ist eine Tatsache, diese Schwäche, innere wirtschaftliche und infrastrukturelle Schwäche ist da. Und dass man versucht, irgendwie wieder Kontakt zu der russischen Elite auch zu kriegen. Und auch die Hoffnung, da eben zu, sag ich mal, die Festigkeit oder das Selbstbewusstsein. Also, ja, dass man sagt, wir können gemeinsam was machen, dass man das wieder versucht. Also, ob das erfolgreich ist, glaube ich eher nicht. Aber, also, weil, solange Putin und seine Berater da im Krimer sitzen, wird das, das wird, der wird ja auf keinen Fall sich mit den USA irgendwelche Kompromisse eingehen, die er nicht, wo er nicht sieht, dass das für Russland wirklich von Vorteil ist. Letzte Frage, spielt natürlich auch für die Ukraine eine Rolle, was sich da zwischen Putin und Biden oder Russland und USA abspielt. Gibt es denn da Stimmen dazu, wie das gedeutet wird, also kritisch oder ob man da sagt, okay, das ist gut, erwartet man da was davon? Naja, es war gestern auch interessant, also Biden hat das Wort Minsker Abkommen kein einziges Mal in den Mund genommen. Putin sagte aber, er hatte den Eindruck, dass Biden, also mit der Verhandlungslinie, also dass man das Minsker Abkommen weiterhin als Ziel setzt, dass er damit, dass auch Biden das so sieht. Aber es wurde auch in den Berichten über dieses Treffen wurde von allen gesagt, dass über die Ukraine nur am Rande gesprochen wurde. Aber natürlich die Ukraine, die ukrainische Führung ist natürlich in Panik, also die sind real in Panik. Ich meine, weil wenn es wirklich zu einem militärischen Konflikt kommt zwischen Ukraine und Russland, ich meine, wer schützt diese ukrainische Führung? Also wo soll sie denn hin? Also ich meine, die USA ist für die Kiewer Regierung, also diese Nabelschnur ist für die lebenswichtig. Und wenn die sehen, dass Biden also da mit Putin sich trifft, dann sträuben sich bei denen die Nackenhaare. Und in den letzten Tagen hat also der Außenminister von der Ukraine und Politiker haben also gesagt, jetzt verlangen sie fast ultimativ von den USA eine Erklärung, dass also die Ukraine ein strategischer Militärpartner ist. Wie ungefähr acht oder zehn Staaten, also Australien, Neuseeland und so weiter auch. Diesen Status will die Ukraine eben auch für sich. Das ist irgendwie auch logisch aus ihrer Sicht, weil sie wollen natürlich irgendwie nicht zermalmt werden zwischen den Blöcken. Und sie sind ja nicht interessiert an realen Dialog. Sie stellen ja Forderungen, das Minsker Abkommen wollen sie gar nicht mehr umsetzen. Sie haben ganz andere Pläne, also ganz andere Forderungen. Das hat Putin auch in seiner Pressekonferenz nochmal ganz klar analysiert und auch meiner Meinung nach ganz richtig. Aber das ist, also das ist, von außen sieht es kurios aus, wie Kiew sich verhält, weil es irgendwie, ja doch, es agiert wie eine Großmacht. Also stellt Ultimaten an die USA, vor der Mitgliedschaft der NATO und wird aber nicht gehört. Also es gibt niemanden im Westen, der sagt, ja ihr sollt jetzt Mitglied der NATO. Also keiner, keiner sagt das. Also Angela Merkel schon gar nicht, aber auch in den USA nicht. Ich rede ja nicht vom Pentagon, aber ich rede von der offiziellen Administration. Und ich meine, das ist, aber das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich, gehört ja auch zur amerikanischen Politik. Ich meine, es ist ja nicht, nicht nur die Ukraine, sondern auch die baltische Staaten gebärden sich und auch einige Politiker in Polen gebärden sich ja auch äußerst aggressiv und aufheizend gegenüber Russland. Also, und das wird ja auch nicht kritisiert von den USA. Das, ich meine, das gehört vielleicht auch zu dem, zu der Politik insgesamt, dass man einige Staaten, die, mit denen man enge Beziehungen hat, die dürfen dann also viel härter von alleine und eben laut kläffen, sag ich mal. Was man selbst nicht macht aus eigenen strategischen Planungen. Okay, Ulrich, versucht mal eine kleine erste Einschätzung zu machen. Schauen wir mal, wie die Sache weitergeht. Erstmal wird ja nicht so viel passieren, nehme ich an, bis auf die Abrüstungsgespräche, die ja keine wirklichen Abrüstungsgespräche sind, sondern vielleicht ein bisschen Eindämmung, dass das Wachstum der Atomwaffen nicht so ungehemmt weitergeht. Danke dir erstmal und bis zum nächsten Mal. Ja. Ja.